Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf die Frühling von Kalle, den Ultramapper. Ja, ich hab gerade mein Wasserfass gesucht, aber ich hab's dann doch wieder gefunden. Schickeram, du. So, wir wollen eben, ich hab die zwei Freiluftgärten da jetzt hingesetzt, die wollen wir eben mal mit Wasser befüllen, dass wir da auch mal was reinkriegen. So ist der Plan. Aber ihr kennt's ja mit Plano und Svenny, das ist ja... Wir sollen uns nix vormachen. Das ist ja immer so ne Sache, ne? Weil wir wollen ja... Auch die Produktion irgendwie ans Laufen kriegen. Ich brauch da kein Wasser drin. Na, Uwe? Alles für den Schritt, oder was? Sag mal, ich muss mal eben hier aufmachen, Uwe. Tor direkt im Gesicht. Hm, Uwe? Hast du fein aufgepasst auf Kalle? Hat dir heute was gemerkt? Sag mal. Hm, mein kleiner Freund. Uwe, kein Bock auf Konversation. Den ist er nicht so noch. Uwe! Geh mal da an die Seite. Danke. Ich hab nicht übergefahren, hast du gesehen? Glück gehabt. Ebenwasser zapfen. Ebenwasser zapfen. Vorm oder Ebenwasser in die Gärten. Wenn's denn klappt. Bin mir dann noch nicht so sicher. Und dann... Müsst du mal gucken. Was wir noch so anstellen. Ich weiß das noch nicht. Wir müssen eigentlich nochmal eben... Heu zu den Schafen bringen eigentlich. Oder wir machen eben Heu. Was wahrscheinlich taktisch klüger wäre, eben heute zu machen, ne? Zumindest noch eine Wiese. Die andere können wir auch noch melden. Hier hab ich jetzt die Freilandgärten hingesetzt. Wenn ich nicht grad hier irgendwo drüber heize. Finde ich eigentlich so ganz cool. Soll ich mal so ein Bild drüber machen. Duduk! Weil, ähm... Dazu passt, ne? Finde ich. Dann hab ich da eine Stuppe sitzen lassen, oder? Ich hab nämlich keine weggefressen. Was macht das Ding da? Wir wollen mich veräppeln, ne? So, guck mal. Haben wir da schon was da drin? Passt dann, ne? So, sollt's noch... Sag mal, hab ich die eine Wiese eigentlich schon gekalkt? Ne, ne? Müssen wir auch noch eben. Oder? Oder? Ich hoffe, wir müssen die eine... Ne, haben wir doch gemacht. Bin mir jetzt nicht sicher. Da hab ich den jetzt mal stehen lassen. Aber der Rückewagen, der ist ja... Ach, gar nicht schön, ne? Da kannst du nämlich nur von Schleppe ausgucken. Mit den Kransteuerungen. Das ist nicht schön. Sagen wir, wie's ist. Sonst... Sonst konntest du ja auch mal... Wie heißt das? In den Kran einsteigen. Wo bin ich? Ach, wo bin ich denn? Ach, geht mir ausfallen, oder? Oder was? In den Kran einsteigen. Aber das geht ja irgendwie nicht. Das ist nicht so schön. Sagen wir grad, wie's ist, ne? Das ist Müll. Ähm, sag mal... So, wir brauchen unsere Gemüsegärten. Machen wir da Salat. Aktivieren. Und hier machst du Erdbeeren. Aktivieren. Den kann das nämlich anlaufen, ne? Der ist voll. Da fahren wir noch ein bisschen Wasser rein. Dann können wir... Hier noch ein kleines Schlückchen Wasser abgeben. Fahren wir noch Wasser zu den Rändern eben rüber. Wenn wir schon am Wasser vorn sind, ne? Dann ist das nämlich auch wieder ein Checkerchen. Dann passt das. Läuft. Nicht, aber es läuft. Na, Hopp-Läschen? Das haben wir, das haben wir. Das kann nicht laufen, ne? Das ist schon mal Premium. Wenn du jetzt was siehst. Mit Wasseranzeige. Bist du der King von Erdbeerfällen. Also Abfort. Bringen wir das eben rüber zu der Rinder. Gucken doch mal nach dem Rechten. Haben wir das nämlich auch mal wieder erledigt, ne? Futter haben die ja noch genug eigentlich drinne. Hoffe ich zumindest. Aber dann haben wir das. Das ist ja nämlich schön. Richtig schön, ne? Braucht ihr noch was, ne? Dann müsst ihr da eigentlich noch genug haben, ne? Die haben noch genug. So, eben über die Kreuzung des Todis. Kommt grad nix weh. Glück gehabt. Autosave. Danke. Ja, guck mal wo. Guck mal hin. Guck mal, die flitzen da alle auf der Weide nur rum. Faul in der Sonne. Kann's nicht sein, ne? Die soll noch dick und rund werden. Da hat die bald kalten. So ist zumindest der Plan, ne? Soll da eben Wasser rein? Wir gucken mal eben nach dem Rechten. Na? Wie ist so lange? Gut? Ja? Gut. Wann die auch? Weißt du die? Schmeckt? Gut. Oh, der hat uns zu gezwinkert. Die. Hast du gesehen? Zwinker, zwinker. Na? Hast du ein feines Plätzchen da? Ist das ganz bequem, der? Ja? Dann bin ich ja zufrieden. Guck, guck, guck. Das läuft hier. Wat wil ze me? Du hast ein feines Plätzchen, ne? Und ich wollte noch gar nicht so viel... Äh, nee, bevor wir ihm noch bei die Schaufe Wasser geben. Wenn man das nämlich auch direkt erledigt. Ach, hier kannst du auch nicht mehr rumfahren. Eine komplett neue Straßenführung hier auf der Frühlinge, ne? Ist wohl so ein Leben. Kommt nix, ne? Ja, dann Abflug. Schau, wie schläft. Die hat's gut. Ne? Dann wer schläft, sündigt nicht. Außer Schari. Da kommen neulichs nämlich so komische Gorse hinten raus. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das ist ja komisch, ey. Da fällt dir manches Mal so manches aus dem Gesicht, wenn der was hinten rauskommt. Echt. So, da haben wir Gras gesehen und da haben wir Gras gesehen, ne? Das ist schon mal gut. So, so war auch der Plan. Weil wir brauchen ja doch ein bisschen mehr Gras. wie für unsere ganze Geschichte damit der Laden läuft. Das geht nicht anders. Oh, 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 oh. Ich bin falsch geworden, ne? So komme ich ja gar nicht da zum Wassergeben ran. Schicke. Schicke. Wir sollen eben Drehchen machen hier. Kein Problem für uns. Mit dem Fass ist das ein Problem. Da hat so ne kurze Achsendrehung. Wie ist das nicht immer so schicke vorne mit, ne? So, da hin. Kriegen die auch noch Wasser? Das war's schon, oder was? Konnt's nicht sollen, bäh. Razzi-fazzi. Tatsache. Auch voll. Heu muss da noch hin. Wasser ist voll. Wasser ist voll. Bisschen Futter kann da hin, ne? Das läuft. Das läuft. Kann auch noch ein bisschen mischen. Da rein. Okay. Äh, Abflug. Das können wir hier auch hinstehen lassen, ne? Brauchen wir ja jetzt, ne? Steht er da auch nicht auf dem Hof rum? Ist ja auch mal ganz gut. Stellen wir das eben hier rein. Guck mal. Fast perfekt. Aber auch nur fast. Uiuiuiuiuiui. Der hat Bock, ne? Ich weiß gar nicht, was wir überall sehen, ey. Ich kann ja nicht überall nur Getreue sehen. Das wird zu viel Getreide. Hm. Schwierig. Hab ich hier schon gekalkt? Sagt mal. Ich weiß das Rad gar nicht mehr. Lass mal eben gucken. Aber ich meine, wie... Ja, sind wir drüber gefahren. Alles gut. Perfekt. Mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Hängen wir ihm hier fix den Futtermischer hinter, ne? Tun ihn fix noch eine Runde mischen. Dann müssen wir auch zu den Viechern hinten noch hin. Zur Rinderweide. Dann passt das. Kann ich jetzt gehen, ne? Ja, passt. Fuh mal zurück. Danke. 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 Da ist nix mehr drin, ey. Ist auch schon leer. Schiebt man ihn zurück. Wir haben ja noch. So ein, zwei Bälle Kissen. Ja, ja, ja. Laufen wir halt drum zu. Ist ja kein Problem von uns. Nochmal R. R müssen wir hier machen. Start. Okay, mach nochmal R. Ach. Ne nix, Stroh. Hoi. Eine. Eine wollen wir noch. Danke. Äh, wir brauchen den 400er. Na, Uwe? Böse Falle. 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 Ja, guck mal. Muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Der Colla hat den Hof wie so zugeparkt. Und sein Hofcafé und Direktvermarktung. Da ist ja gar kein Platz mehr für unseren Schlepper. Wie so einfach, ne? Aber das kriegen wir auch noch hin, ne? Ja, okay. Das mal wieder. Wie so einfach war. Wie so einfach war. Ja? Da ist ja gar ung. So einfach war die Prague活 Tool. Und den Zeratn. Wie so einfach was hier. Ver Beast? Ja? Ja? Na, mischst du die weg oder nicht? Sag mal. Ich hoffe es für dich. Sieht nicht so günstig aus, ne? Aber klappt. Ich glaube, wir brauchen den gleich nochmal. Ich wollte eigentlich vorwärts fahren, ne? Aber, Satz mit X, das war wohl nichts. Aber, liebe Leute, ich sage jetzt erst mal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Bin hier ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.